Wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Rafaela Raab und haben sie deshalb mit ein paar Fragen gelöchert. Wenn dein Traummann Metzger wäre, wärst du dann mit ihm zusammen? Das wäre dann wohl nicht mein Traummann. Mein Traummann ist jemand, der die schwächeren Tiere beschützt, weil das ist männlich und stark. Bist du aktuell verliebt? Ja, sehr. In wen? In meinem Partner. Wer ist das? Das ist ein Aktivist mit dem Namen der Tofu-Fresser, der online gemeinsam mit mir auch solche Videos erstellt, der mich in jeder Facette meines Aktivismus unterstützt und der mir wirklich gezeigt hat, was Männlichkeit und Attraktivität in meinen Augen bedeutet. Was würdet ihr machen, falls ihr Kinder bekommt und diese sich weigern, vegan zu leben? Wir würden niemals Kinder bekommen. Mit welchem Influencer würdest du gerne einmal etwas drehen? Jeremy Fragrance. Das geht mir bestimmt irgendwann mal zusammen. Ich trage auch gutes Parfum für dich. Vegan ist, tierversuchsfrei ist, Jeremy.